Herzlich Willkommen bei Jakob Immobilien. Mein Name ist Ilona Jakob. Und mein Name ist Albert Jakob. Gemeinsam sind wir ein Makler-Epaar mit Leidenschaft. In diesem Video möchten wir Ihnen kurz unser Unternehmen Jakob Immobilien vorstellen. Und wir wünschen Ihnen sehr viel Spaß beim Zuschauen. Wenn es um die Vermarktung Ihrer Immobilie geht, sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie. Denn wir hören uns in einem persönlichen Gespräch Ihre Anliegen ganz genau an und betreuen Sie zielgerecht. Ganz gleich, ob Sie eine Immobilie kaufen, verkaufen, mieten oder vermieten wollen. Wir sind die modernen Makler und bieten unseren Kunden ein großes Portfolio neuester Methoden an, um eine große Reichweite potenzieller Käufer zu erreichen. Auch der Fernsehsender Vox hat unsere Fähigkeiten entdeckt und nutzt diese für die Erfolgsserie Mieten, Kaufen, Wohnen, bei der wir unseren Kunden kontinuierlich Immobilien präsentieren. In unserer Freizeit gehen wir gerne joggen und nutzen Sport zum Ausgleich für unsere Arbeit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.